Warum hat das jetzt nicht geklappt? Sack! Aber ich glaube, da hatte ich auch damals schon Probleme mitgehabt, irgendwie. Irgendwas kommt da gerade hoch und irgendwie war das ein bisschen schwieriger hier. Aber vielleicht spiele ich mir das doch bloß ein. Ihr wisst ja, ich bin nicht gerade der Skillhafteste. So, ich gehe gleich rechts an den Rand. Ich wurde einfach mal wieder in die Mitte tippet. Und cool. E. Nochmal E. Hä, hallo. Ja, und nochmal E. Sehr gut. Okay, hier war ein Speichelpunkt. Okay, was machen wir? Au. So. Und weg. Q. Na komm. E. 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 Er ist auch wie unfair. Diaschwert gegen Steinschwerde, wie sie ein bisschen. E. E. Und der ist weg. E. E. Und so. Und Q. Nice. Der ist auch weg. Wir sind gut. Ey. Und platsch ins Wasser. Nice. Okay. Das ist schon mal ein Anfang, glaube ich. Ja, was wir hier gerade machen. Da sind sie. Weg hier Hier werden sie scheitig gemacht Weg hier Weg hier Weg hier Und weg, los Okay Warte mal, irgendwie hat gerade mein Handy vibriert I don't know, ob das jetzt was Wichtiges ist Weil ich warte noch auf eine Nachricht von Arakow Deswegen war es tatsächlich gerade nicht Gut, weiter geht's Und im richtigen Moment mal wieder genervt Geil Hätte es nicht drei Sekunden vorher sein müssen Wo ich sowieso schon im Dings war hier Ach man Okay Petra Oh, sie ist im Arsch Okay, und Alter, der hat viel größeres Schwert irgendwie Und Oh, das Schwert ist im Arsch Das schöne Command-Block-Schwert, ey Ach man Oh, sie ist im Arsch Okay Maybe I need to win this thing Dude, I am like so close I could do this Sorry, now I'm winning this thing Yo YOOOOH Hey, welcome Jesse Way to catch up dude Very nice You just can't take a hit, can you Get dunked on Slacker Äh, okay. Okay. Ah ja, wenn das in Real Life gehen würde, wäre schon geil, irgendwie. Wow. Man. Intense enough for ya? Ah! Danke, dass du mich beschädigst. Ja, ich kann es nicht sagen. Okay. 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 Bist du überrascht, mich zu sehen? Hm. Hm. Da läuft was nicht mit geraden Dingen zu. Ja. Ja. Okay. Hm. Hm. Ach ja, das läuft hier nicht mit geraden Dingen zu. Das alles nicht so... Hey. Psst. I need to talk to you. Keep up. Come on. Come here. It'll be quick. Jesse. You gonna do what I say or not? Hey, Jesse. Hey. Hey.